Hallo, ich bin's, Pia. Heute nehme ich den Buchstaben A von der Wäscheleine ab. Oh, der hängt ja ganz am Anfang. A kennst du schon lange. Wenn du zum Beispiel hinfällst und dir wehtust, rufst du gewöhnlich A und reißt dabei deinen Mund ganz weit auf. Kinder können schon sehr früh A sprechen. Schau, das ist ein A. Hm, wo steckt denn noch ein A drin? Sieh dir das mal an. A ist ein Apfel. A ist ein Affe. Echtlehrer-Videos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus.